Mein Name ist Moritz Späth, bin 17 Jahre alt, bin rechter Verteidiger. Ich spiele seit den Bambinis eigentlich hier schon im Verein, war zwischendurch mal ein Jahr in Naddheim. Bin dann aber danach gleich wieder zurückgewechselt. Meine persönlichen Ziele sind, mich hier fußballerisch weiterzuentwickeln und für die zweite Mannschaft zu empfehlen. Und die Mannschaftsziele von uns sind, erstmal die Klasse zu halten und dann mal schauen, wer es nach oben noch geht.